Um Menschen im Bereich Technologie oder Neutechnologie ein bisschen besser abzuholen, wäre es notwendig, eine gute Informationslinie ihnen entgegenzusetzen, bebilderte Kommunikation, einfache Kommunikation in uns der breiten Menge darzulegen, worum es eigentlich geht, also Information und Bildung nach vorne zu stellen und den Menschen zur Verfügung zu stellen. Akteure, die Innovationsprozesse positiv gestalten können und müssen, sind durchaus unsere Politiker, Verantwortliche in den Unternehmen, aber insbesondere auch in den Bildungsinstitutionen. Zur Vorbereitung der Schüler bis hin zum lebenslangen Lernen. Es geht ja auch um die Älteren, die in den Prozess einbezogen werden müssen und nicht nur die Jüngeren, die dann in Zukunft das Thema auch tragen müssen. Aber insbesondere im Moment geht meines Erachtens nach, der richtige Impuls muss von der Politik ausgehen für die Umgestaltung unserer Gesellschaft in der Zukunft. Спасибо. Herr Silber lining Untertitelung des ZDF, 2020